so da sind wir mal wieder bei the forest hallo ja genau mit kollege dmc oder hadis oder wie auch immer admans chest ja ist auch völlig egal namen sind schall und rauch richtig hauptsache wir spielen mal wieder nach gefühlten monaten zusammen richtig korrekt und jetzt war die die 0.31 b ja 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 alles richtig wieder neuer patch hier raselt es auch oder rieselt es patsche ekelhaft in weit friends warum kann ich nicht in weiten was ist hier los das weiß ich nicht warum profis bitte hashtag profi youtuber so warte einladen ja hier klingelt's continue razzack hüttensnake z wiener schnitzel geil ne lustigerweise über in weit friends bei den button funktionierte gar nichts oha doch letztes mal auch nicht funktioniert ja ich erinnere mich da war irgendwas einmal ein wink an die entwickler vielleicht wenn uns jemand zuschauen sollte was ich nicht glaube bitte möge er bitte reparieren schnitzel ja fuck yeah äh kennst du die grasosche dinger grasosche ja die mit gras drin genau mit so einem bison piss angepickten bison gras mhm om 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 boah alter ist das dunkel ich muss jetzt mal mal wieder hier gucken alter warum ist hier alles voller bäume ich sehe gar nichts du siehst den wald voller bäume nicht ah 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 bei mir ist loa ding okay ja die axt dreht sich auch nicht mehr doch jetzt kommt schwarzer bild ne grauer bildschirm muss ich ja sagen ah dann musst du jetzt gleich hier aufploppen ich muss eben noch mein licht ein wenig dimmen es hat gerade irgendwie in die stimmung kommen ah da bist du da bist du als du teleportiert wurdest hat das so ein komisches blitzdingsgeräusch äh äh grafixer gemacht und ähm du ich konnte jetzt das licht dimmen sehe ähm nur holz und ein speicherpunkt ach ja schon wir sind schon wieder ganz dreckig du hast dein shirt das hat sich geändert zeig es mir ich seh gleich da ist ein ei herz travel drauf oh yeah i love travel und da unten guck mal da ist unsere genau da wollten wir noch so eine hütte fertig bauen ja genau die vorschlagen machen wir heute aber nicht weil wir sind ja heute die tapferen erkunde habe ich mir überlegt richtig äh warte mal ich muss erstmal gucken wo war denn jetzt hier ähm ich muss gerade erstmal wieder gucken wie das hier funktioniert wir haben viel zu lange nicht gespielt oh ah ah ok oh oh sorry was hast du getan falscher knopf du weißt schon dass ich hab bäume durchgewachsen was ist denn hier passiert ja ich sag doch hier ja oh unser menschenfleisch läuft und ich bin also nicht läuft ähm was auch nicht essbar für mich ach so ja ich wollte auch irgendwie oh das ist vielleicht wieder ausgebackt jetzt kann ich die ganzen sachen nicht mehr essen ja natürlich ärgerlich ach unser der schöne back hier funktioniert immer noch klasse haben wir nicht wir haben hier nur menschenfleisch oh wir haben hier blaue bären blaue bären sind filmverzehr geeignet all so lecky lecker lecker om nom nom ach ich will immer auf enter drücken weil bei fallout habe ich benutzen auf enter gelegt und hier ging das nicht bei diesem spiel aha du spielst also fallout ja schleichwerbung verdammt überall dieses wildes geäst appears was war das noch nix da sind nicht ne mauer kaputt gemacht das war so kampfschreie gerade irgendwie kampfschreie nein wir gehen jetzt ja muss man den leiter ausmachen inventory habe ich was zu essen dabei ich habe noch ganz viele snacks und ich habe noch ein soda dabei ein soda bitte flare aber keine flare gang closing ich habe einen bogen habe ich feile ich habe ein pfeil ach so weil ich keine federn habe ich habe ein netz ohne ende dabei da gibt es netz ja knochen habe ich ich habe noch einen club damit kann ich in den club gehen was für ein club denn dann sollten wir doch mal feierlich unseren weg beschreiten hier ist ein lizard hier sind die hier sind die koffer wieder gespawnt also da kannst du dich gerne mal eben dran ja stimmt wir sollten vielleicht noch ein bisschen looten bevor wir unsere reise antreten bei mir sind die alle offen bei mir sind alle kofferkens offen ich habe irgendwas in der hand was habe ich in der hand in den menschenkopf hä wo habe ich den auf einmal her gehabt ich habe doch bloß das häschen umge ich gehe mich mal kurz eben waschen oh ach das sind die eingeborenen ja so gewaschen habe ich mich krepier in diesem scheiß Wasser hier fast gut wollen wir dann los bevor wir hier noch weiter ja würde ich sagen komm hast du denn trinken und nahrung mit ähm ja ich habe hier so einen hasen sonst habe ich gar nichts der kommt unterwegs wenn wir schon irgendwas ich habe noch einen schokoriegel der soll reichen für den tag so niedlich gequiet gerade das häschen das liegt daran weil ich es zerstört habe ja zermatscht na gut wenn du einen hasen mit hast den kann man ja über so ein feuer brutzeln zur not genau äh ja hast du die forest map bestimmt oder natürlich so warte mal ähm äh wo ist denn die map hier überhaupt gewesen wo ist die map weiß nicht gibt sie es gab wirklich eine map glaube ich aber nicht im spiel selber es gibt die nur außerhalb des spiels ach ja stimmt verdammt sie sah auch sehr echt aus ich kann sogar hast du die mal angeschaut oh nö also doch ja sieht gut aus ich möchte gerne meine axt rüstung oh wirst du mir jetzt nicht mehr angezeigt auf dem warum wenn ich den hasen umnimpel warum kommt dein menschenkopf raus what the fuck was ist hier nur los hier die blauen bären die kannst du essen was war das ich hab auch immer schreien gehört er steht hier vor mir mit der lampe aber irgendwie ist er ja noch lieb gewesen ich bin doch egal aua du hast mich geahnt bitte nicht okay er ist tot gut ja nun können wir aber voranschreiten warte mal wo sind die bären ich hätte jetzt gerne mal äh bären waren ich glaube er hat sie zerstört hier hier sind bären puchentyp ich brauch mal so ein bisschen gay gesundheit und wie die bringen keine gesundheit die bären nein die bringen nahrung ja aber keine gesundheit nein du regenerierst mir gesundheit ich glaub wir sollten äh warte mal ich glaub ich sollte mal irgendwie so ein med nehmen ähm oh hier ist geld scheiße noch mehr geld ich hab nur drei meds waschen oh hier ist ein topf ich nehm jetzt einfach einen med und dann kommt er los wo bist du denn ach da hinten ich glaub ich hab ich dynamit gefunden wo war da auch nur wieder flair ja wie sieht's denn aus ja also ich bin bereit gewesen aber dann hab ich das hier mit dir zusammengefunden was machen ich hab noch einen topf falls du den topf mitnehmen kannst bitte nimm ihn mit oh ah sind verrückter sind gollum einfach draufhacken mehr gollum ich hab einen ring für dich gollum er kommt gleich sowieso wieder ja dann lass er vergehen ich kann einen topf nicht mitnehmen scheiße achso dann lass es doch gehen oh die kloppen sich gegenseitig ja geil komm dann lass uns hier verschwinden ja endlich ja und los geh pass auf der kommt dir nach wow oh alter nimm mal alter was ist denn los boah meiner ist schon tot ja ich bin ich bin tot ja jedenfalls ähm ja also ich bin tot ne bist du auch tot? ja ich kann dich kann dich nicht wiederbeleben? doch ich kann dich wiederbeleben sag locker nope so zack so mein Freund um Kupferstecher dann lass uns nochmal bewegen dann kommen wir auch vorwärts mhm du schlägst eine Richtung vor und ich komme hinterher vielleicht solltest du ein paar Mets nehmen ja New York Mets mhm mhm ähm was machst du denn da? ich esse warte mal du laufst so langsam und du hast einen Lizardkopf in der Hand damit kann man nicht kämpfen doch ja weil ich halb tot bin deswegen ja nimm hast du keine Mets? doch jetzt wieder okay wir gehen jetzt einfach mal irgendwo ja lauf doch mal vor ich lauf hinterher gucken wir doch mal vielleicht finden wir irgendwas cooles guck mal was ist denn da hinten ach so das kennen wir doch hier schon da waren wir schon bei dem Schiff ne ne? ja da waren wir schon echt? verdammt ich kann mich nichts ich kann mich nichts mehr erinnern weißt du aber wir können ja nochmal ein bisschen Looting machen mhm Loot ist gut oh ich glaube ich kann nur taktische Bombe bauen ne taktische Bombe? ja ich kann nur ich hab so ne Uhr schnapps gäben sie mir die taktische Bombe ähm was brauche ich noch für ne Explosive ich hab so ne Kopfbombe übrigens ne? gut so ne Bombe aus dem Kopf eines ähm weiß ich nicht mehr genau was ich noch brauche ich habe kombiniert schnapps Uhr und Elektroshit oh ich hab ein Foto gefunden von dem Bötchen this is my boat my boat is amazing so are you ready? bin immer ready ich brauche ne Batterie weiß es nicht oh hier ist ein Laptop ja den kannst du zerhauen ah echt geil kommen Sachen raus hier ist ein so und jetzt so ne Schildkröte auch noch und dann sind wir glaube ich ähm boah cool man kann jetzt hier reinhacken mittlerweile hier reinhacken hi ach echt? da ist jetzt irgendein Glibber rausgekommen wie? jetzt ist er nicht mehr da ich will auch Glibber wow also ich hab den Hals zerhackt und da ist nur noch der Kopf übergeblieben der Rest ist instant verschwunden okay bei mir ist noch alles da nur der Kopf hängt jetzt an so einem Ekel gut wo wollen wir weiter? oh Gott was ist hier los? ja wollen wir mal da hinschwimmen oder so? das Boot ist langweilig da waren wir schon waren wir da wirklich schon? ja ja das Foto konnte ich auch wieder neu aufnehmen wenn ich das denn jemals hatte survival so da könnten wir mal wieder die Schildkröten nehmen Panzer mitnehmen oh Schildkrötenfleisch gibt's jetzt auch voll geil ja oh ich muss glaube ich ich muss mal einmal hier baden dann mal den Shit abwaschen boah zack ja mal gucken so ja ich hatte hier dieses Grasovka Zeug ähm ja äh äh so ein Schoko und dann das Grasovka Ding da drin okay also also ein ein äh ne russisch Schokolade ja ja du genau russisch da russisch Schokolade Schokolade hm renn doch nicht so alter sonst kommen wir hier nicht vorwärts äh 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 ja meister Hasen so so oder da hinten ah hier fang mal den Stein hallo Rüstung mein Gott ey scheiß ey dass der immer diese Köppe nehmen muss ist total nervig hier so ein hier so am See wäre gar nicht so schlecht oder so mein Haus am See ja das können wir auch später machen ich will jetzt erstmal irgendwie eine Höhle oder ein Dorf finden oder sowas ja stimmt eine Höhle ne ein Dorf wäre gut Höhle nicht unbedingt okay wir sind hier an in einer Sackkasse ähm ja da hinten hinschwimmen ist glaube ich auch nicht so nö das endet glaube ich nicht gut dann haben wir alles richtig gemacht wie immer schade 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 so erstmal ein bisschen Rüstung dran oh mhm Leder mhm Lack und Leder guck mal hier kommst du hoch hui hui oh ich hab jetzt einen Bären äh Bären mhm zum Bären sammeln hallo hallo hier oben oben über dir oh du hast mein Meisterkletterer ja klar das ist äh Sancho der Meisterkletterer der du siehst auch immer noch aus ne siehst eher aus wie Pablo naja dann halt Pablo okay wollen wir hier entlang gehen komm wir gehen mal die Klippe entlang Klippe entlang okay Klipping nennt man das auch haha ja hier gibt's nicht viel zu entdecken ne nicht so wirklich aber laufen wir nochmal ein Stück wär auch cool wenn wir mal irgendwie so die ultimative Basis finden würden also so den Megaplatz ja das wär natürlich auch geil so durch rein Zufall mhm mhm aha 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 so Alter du du bist mega schnell wie kommt das nennst du die ganze Zeit oder nö aber ich drück halt zwischendurch Shift dann lauf ich halt schneller ich auch aber bei dir ist das so kontinuierlich dass du schneller bist als ich dann zwischendurch ruhig mich dann halt aus aha aha was ist denn hier hinten was hier hier ist ultimative Tricks du drauf hast mein Freund mhm hui hier ist auch nichts spannendes Duxkiss oh na komm mein kleines Rehe Kids na komm kriegst du nicht außer die Backen du dusseligen Rehe also genau lauf mir vor der Füße vor der Axt rum weil sie wollen doch das sind Suizid Rehe sind das die wollen getötet werden ja Suicide Rehe wer kennt sie nicht ja Suicide Rehe bringgürtel um und ja Terror oh hier ein Loch soll ich das sprengen hast du weiß ich nicht hast du mir irgendwie so ein Spreng angezeigt ach mach doch mal ähm dann muss ich einen Sprengsatz hinlegen warte mal ich hab doch Dynamit oder sowas ne hattest du Dynamit ah ne hab ich nicht Explosive hab ich ich hab ganz viele Flares ich hab Explosive ja dann pack doch mal ein Explosive da rein oh mein Gott okay geh mal weit weg geh mal weit weg bin ich hab ich cool oh geil damit kann man sogar Bäume wow alter instant alles gefällt wie das ist alles oh Wasser das ist alles das ist alles das ist alles ja ne Quelle ne oder sowas aber man kann's auch nicht trinken das ist alles das ist alles alter wie konnte man nochmal Explosive ich glaub das wollen die noch implementieren dass da irgendwas spannendes kommt ja toll das muss man auch alle offen sprengen damit irgendwas cooles passiert was brauchte man denn noch für Explosive warte mal vielleicht Dynamit ach ne Uhr ne oder wie war das ja aber wir gehen jetzt auch noch weiter gucken oder ja blaue Beeren schade ey das ist ja jetzt richtig ärgerlich hier sind blaue Beeren wo bist du doch da hinten ja ich lauf ja weiter ja wenn man im Inventar ist dann ne ah Inventar schlimm Winter hier ist deine Beeren wie jung oh wie ich hab ein Lager eigentlich das sind die scheiß Beeren du Arsch nein die blauen sind die guten nein blaue sind vielleicht nicht dagegen allergisch können sein also bei mir sind das blaue ich weiß nicht was das bei dir ist bei mir ändern die sich natürlich oh wer weiß oh Seil Seil ist immer gut ich mag Seil yeah I love my Seil ist denn noch irgendwas ne ne oder bin ich blind nö kann ich nicht zerschlagen na gut hm guck mal Pilze ja hier sind noch mehr blaue Beeren nur ein Tennisball ah hier hinten ist noch mehr Dorf das ist ne Soda gewesen du Honk oder hast du die hab ich nie gesehen oh hier ist so ne Spur aus Essen und Sachen und so ok aber ich hab ein Dorf mehr gefunden oh hier sind ganz viele von den coolen Typen echt überleben wir das hm das weiß ich nicht jetzt sind sie weg wurden gerade gedespawnt cool ja die haben uns gesehen und hat das Spiel gesagt ok das ist zu unfair für die arme Eingeborenen ich schleiche mich gerade heran oh 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 da kommt einer hergelaufen irgendwo äh ja hört sich auch ganz freundlich an mit äh 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 nur leicht ähm betuckert na komm gehen wir lieber wieder ja pass auf der ist da oder wir rotten das Dorf aus ne ich weiß nicht ob wir das hinkriegen warte mal wir können aber hier das was drum herum liegt uns schnappen vielleicht kriegen die Angst es gibt übrigens ein Dorf mit der besseren Axt ja stimmt das könnte sogar das sein dass die da in den Baum steckt jetzt einfach mal gucken du musst mich beschützen ich weiß nicht ob ich das kann naja du bist groß und stark du schaffst das schon und hier ist pass auf hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ist alles voll ja voll hast du jetzt irgendwo die Axt ich guck grad der steht da übrigens und guckt dir zu der findet das ganz nett glaube ich was du da machst die älteren um uns herum die findet uns auch ganz toll keine Axt oh guck mal hier Spaghetti hat der glaube ich gegessen oder Würstchen na gut dann vielleicht sollten wir uns dezent wieder zurückziehen ja können wir machen folge mir einfach warte ein Axt des Krieges ich zerstöre eure Koffer obwohl die sind jetzt glaube ich relativ entspannt ne also die haben sich damit abgefunden glaube ich dass wir jetzt hier die Oberhand haben dass wir einfach hier sind hier sind hier sind die hier sind